Prrrrrr Moin moin meine lieben Freunde der Volksmusik und prrrrrr Dich selber Wir... Wir, 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 wir haben gerade ein ganz tolles Lied gehört im Off, ne? Ja, ich mach das gerade. Ne, ich mach das nicht gerade. Ne, Patrick, wie wär's denn, wenn du das nochmal singst? Ich weiß nicht was. Ja, das Fun-Lied. Wie geht das? Knochen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, ich hab's gesagt. N steht für Nugle. Ach, es war für den... Ich krieg kaputt hier. Igge... Nein, nicht Igge. Igge ist tot. Ah, wieviel Standard brauchen wir denn da oben noch? Ganz... 30. Plus... 8. Minus... Moin. Oh, 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 oh. Darf man das überhaupt auf YouTube machen? Was darf man auf YouTube machen? Warum geh ich denn mal rauf? Und die Frage zu beantworten, Baschel. Wo kein Kläger, da kein Richter. Genau, Cheater. Außerdem war das im Off. Das heißt, es ist einzig und allein im Stream zu sind. Der Stream wird am Anschluss dieser Veranstaltung wieder gelöscht. Das heißt, es ist nirgendwo nachverfolgbar. Okay, das wär fast schiefgegangen. Ah, jopa. Hi, ihr habt nen Hunger. Ja, stimmt eigentlich. Spongebob ist nicht jugendfrei. Eheh, Eheh. Aela hat den Rechnerzapf ähm kaputt gemacht. Jetzt hätt ich fast wieder ein böses, böses Schimpfwort gesagt. Und ich habe doch gar kein Kleingeld mehr da, was ich in die Kasse stopfen könnte. Ähm, gibts mir gleich mal mein Portemonnaie bitte? Hallo Rechornhammerbar, wie geht's dir? Alles gut? Hallo Spiel gespielt. Und hallo, äh, wer war noch gerade da? Äh, ich glaub keiner. Ah, Silver, hallo. Genau. Sergeant Silver. Ach, bei mir ja, bei Scotchi weiß man noch nicht. Er ist nicht besoffen, aber bekifft. Ach, da hast du keine Energiedrinks. Nee, ja, da macht's Aua und zwar... Nee, 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 nee. du musst den Stein fangen und der dafür nicht den Boden berührt haben. Oh, und nicht den Kopf. Die Steinwurfmeisterschaften oder was? Ja. Quidditch für Arme. Hat er nicht gesagt. Hatt nicht gesagt. Bitte. Hat er nicht gesagt. das tut so weh. Also langsam komme ich aber hier in Schwung immer. Oh, scheiße, jetzt habe ich den da um die Lücke geschmissen. Der Stein ist... Nein, damit spielt man das nicht. Warum? Weiß nicht, das mag große Löcher. Okay. Pack das mal. Ach so, das ist das wieder. Ich habe... Ah, meine Motivation ist irgendwie gerade da. Hallo, LB007. So, ich glaube, du musst der Runde mit Zwangsjacke sitzen. Ich habe mich schon irgendwo versteckt, da bin da meine Freundin, die die Flucht hat. Genau, wie viel Geld ist denn schon in deinem Fluchtglas drin? Da ist übrigens nicht hell, was du hier gemacht hast, ne? Ähm, Scotch, ist die Tür offen oder zu? Äh, zu. Du bist durchgekommen. Oh, warte mal, die Tür, die ist offen. Okay, bei mir ist die nämlich zu. Hm. Interessant. Es ist sehr interessant. Es ist sehr interessant. Äh, High James Bond. Nein. Der heißt Lames Blond. Da steht ein L und kein J. Ja. Der heißt so, weil der voll lame ist bestimmt. Nein, komm. Wir brauchen übrigens ganz dringend einen Tennisball. Sonst klappt das Spiel hier noch viel besser mit, glaube ich. Weil es sich so weh tut, wenn sie die... ...Crojones fliegt. Oh, oh. Sagte er und sprang. Jetzt habe ich schon zum zweiten Mal diesen Puppel Ritzspalt da drüben gefunden. Ja. Sag mal, was machst du mit der Falle? Vergewaltigst du meine Falle? All Amor. Alter, was ist falsch mit dir? Sagte er, der sich mit einem Stein spielt. Hallo. Wir sind jetzt mittlerweile seit, äh... Boah, wie lange sind wir jetzt hier schon alleine im Wald? Da kann man auch mal ein bisschen merkwürdig werden. Und mit dem Stein spielen. Wie Pinge seid ihr schon YouTuber, steht da. Was bedeutet das Wort Pinge? Ich nicht so lang. Scotch ist schon länger. Boah, drei Jahre oder so. Um den Dreh. Wie alt ich bin, älter als drei Jahre. Hm. Au! Was? Ja, jetzt habe ich ihn einfach mal so aus Jux und Tollerei einfach vor die Wand geschmiert. Bin weiter gesprint, dann kam mir das Ding aber, äh, genau waagerecht, äh, zwischen die Augen. Ja. Die hat sich gestern Spaß gemacht, mich beim Zocken mit nem Bier nehmig gesetzt und mir das Fluchlaus jedes Mal in die Fresse gehalten. Ja, guck mal, dann schon wieder zehn Cent mehr ins Gläschen. So. Wo ist noch was für ein Baum? Ich habe gerade mal das Lagerfeuer hier fertig, äh, fertig entworfen. Ah! Hast du Schmerzen? Ne, fast nicht. Au, wieso habe ich Schmerzen? Das weiß ich nicht. Das Essen war wahrscheinlich nicht mehr so gut. Gut, dass du was sagst, ne? Ich, ja, ich, ich erinnere dich gerne daran. Sag mal, was, der Klimpert? Ach! Der Klimpermax ist schon wieder hier drin. So. Ne, der ist noch immer da. Boah, irgendwie spawnt der hier ständig neu. Was der jetzt auch nicht verkehrt ist, weil der liefert ja Steine, Knochen und, äh, Stickys. Also ne, Knochen nicht. Kloff. Kloff, genau. Steine, Kloff und Stickys. Und ein Totenschädel. Ein Tortenschädel. Da freut sich jeder Clown. Boah, ähm, schlafen? Ne, gell? Da, 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 da. Da, da, da. Äh, was? Da, 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 da. Ich war gleich in die Falle. Nein, ich will nicht. Ähm. Mach mal die Tür auf, bitte. Ich komm hier grad nicht rein. Alles klar. Ich steck, ich steck auf dem Tor. Einfach mal aufmachen. Dann plumpst du dich runter. Bisschen merkwürdig angehört, ne? Einfach aufmachen, Freund. Hallo. Ja. Ja, ich hab mich grad einfach mal so ein bisschen, äh, ne, das weiß gerade... Oh, guck mal, mein Geborener. Das war mein Anti-Hämorrhoiden-Training. Ich hab mich grad auf so einen angespitzten Fall gesetzt und danach geht das wieder. Mhm. Wollen wir schlafen? Eigentlich. Oh, 19 mittlerweile. Theoretisch. Hallo Shishatronika. Da ist, äh, der repariert Shishas, ne? Ähm. Hat er doch gehört? Quasi das, das Korrespondent zum Mechatronika. Was soll ich denn gehört haben? Ich hab überhaupt nichts gehört. Ich bin taub wie, taub wie ein Vogel. So, ich schlafe. Vögel überhaupt taub? Ich weiß es nicht. Naja, wenn's du mit einer Truck-Hupe hinter ihnen hupst, dann ja. Ja, nö, dann macht das Flatsch. Hm. Hm. Wir brauchen übrigens mal ein paar Drinks. Ich glaub wir müssen gleich mal ins Dorf gehen, wenn's hell ist. Sollen wir schlafen jetzt eigentlich? Ich hab grad gesagt, ich schlaf jetzt. Ja, ich schlaf auch schon. Ähm. Jetzt gleich. Äh. Ich brauch ganz dringend einen Pilz. Oh ja. Das seh ich auch so. Aber unter einer gewissen... Komm her, Kaninchen! Unter einer gewissen... Komm her, Kaninchen! Unter einer gewissen... Unter einer gewissen... Komm her, Kaninchen! Unter einer gewissen... Wahrscheinlichkeit bewegt es sich noch in einem... Das Kaninchen verscheißert mich. So, jetzt nicht mehr. So, bitte schön. Dankeschön. Es bewegt sich auf jeden Fall noch im Rahmen der Möglichkeiten, dass ich mich gleich noch mit einem motorisierten Vehikel zum Lebensmittelgroßhändler bewegen muss. Und dann sollte ich vielleicht auch noch nicht ganz so viele Pilzchen getrunken haben. Das ist nicht ganz so gut. Und äh... Sagt dir der rot-weiße... äh, der grün-weiße Partibus auch? Äh... Ne? Das hat getarnert. Ja, ist mir egal. Das ist nicht schlimm. Das war nur, ne? Die Jumbo-Dose Texas Chili eintopft von gestern Abend. Ach, ich dachte schon. Ja. Alles in Ordnung. Wir sind auf der Suche nach der Kiste mit dem Soda. Ist das hier die Kiste mit dem Soda? Das, äh, war die Kiste mit dem Soda. Sehr schön. Was? Ja, hier. Hier ist auch Soda. Ob du Anfang nächsten Jahres mit euch spielen kannst? Willst du mich jetzt verscheißern? Meinst du, ich plane jetzt schon die Sachen für Anfang nächsten Jahres? Alter. Nutz-Tier. Patrick, brauchen wir denn noch ein weiteres Nutztier? Sag mal. Naja, ein Auf-Halte wäre nicht schlecht. Ja. Ich meine auf Abruf, sagen wir mal so. Ja, wir können uns da gerne mal im Team-Speaker unterhalten. Aber jetzt hier nicht so zwischen Tür und Angel. Und vor allem hier nicht im Stream, wo andere Nutztiere das mitbekommen. Potenzielle Nutztiere das mitbekommen können. Potenzielle Nutztiere? Machst du grad einen Spoiler? Äh, ja. Zu was auch immer. Ach, Mann. Hila? Wo bist du? Was machst du? Nein! Oh, scheiß Wurst! Blarkack gedönse! Ranzballknirschkack! Au! Nochmal! Wieso das denn? Hör auf damit! Das ist überhaupt nicht witzig! Ist total gefährlich hier das Ding! Das hätt ins Auge gehen können! Ist das nicht zweimal. Sorry, aber ich krieg erst dann einen Asus-Rock-Laptop. Ja, ähm, schön. Jetzt hab ich das laut vorgelesen. Wie viel Geld krieg ich von dir? Ich stell das mal wieder auf, ne? Ja, stell das mal wieder auf. Das ist total gut. Toll, ich hab jetzt nur 50 Cent und ich glaub 20 kann ich schon mal reinschmieren. Gerade für das Kackbällchen. Ich brauch echt mehr Kleingeld. Oh, ähm. Soll ich mal kurz eben kommen? Ich muss mal. Ich hab's gerade auch noch... Ich hab's gehört. Irgendwo unten ist so ein dicker Bubi, ne? Ich hab's ja nicht gehört. Ich hab nur nie gehört. Oh, 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 oh. Sag mal, sag mal, sag mal. Also ich hab was dickes gehört. Auszeit. F steht für Freunde, die was unternehmen. U steht für Kopfschmerz im... Alter! Rabums! Das macht Spaß! Bist du fertig mit deinem einen Gegner? Ja. Zwa-du-wat. Drei... 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 Das ist ja genau wie der Re... Ähm... Oh, ich hab nur Stinkefüße in der Tasche. Oh Gott, dass ich jetzt sehen müssen, wie die getanzt hat. Kannst du mal aufhören, die Leichen hier zu verbrennen? Ich häng jetzt mal ein bisschen was zu essen hier auf von denen. Weil irgendwie geht uns das hier so ein bisschen zu neigen. Und so ein paar Stinkefüße kommen aber bestimmt auch noch ganz gut. Ja, mit lecker Käsegeschmack. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für allein lebende Männer im Wald. Deswegen müssen wir auch mal... Sag mal, du blöder Rektor. Käseschippstumpen hier aufhängen. Käseschippstumpen. Das ist meins. Toll. Super, wo... Ich hab doch gesagt, du sollst hier einen liegen lassen. Wo ist die denn hin jetzt hier? Hast du die jetzt auch schon wieder verfüttert ans Feuer? Nee, die hängt doch da irgendwie. Bist ein alter Hallodri bist du. Hallodri. Darf ich jetzt mal bitte... Also entweder gehst du jetzt weg oder ich hau hier mit der Axt drauf. Also... Beziehungsweise ich hau da sowieso mit der Axt drauf, deswegen solltest du weggehen. So wollte ich das eigentlich formulieren. Ja, ja. Und einmal mit der Axt schön in die Kimme rein? Ähm... Willst du das nicht vorlesen von Julia? Was von Julia? Von Julia. Nicht Julia. Ja. Kackbällchen sinds Hände? Ich hab da schon 20 reingeschmissen gerade. Hast du noch mal gesagt? Nee, für eine Wiederholung von dem was ich gesagt habe, schmeiß ich bestimmt nichts rein. Ähm... So, Brandon, sie bitte. Brandon. Ich hab einen eingeboren auf meine Schulter. Da brennt er fein und steckt, äh, bis zum... Äh... Ich hör was. Ja. Es ist kaputt gegangen. Ich speichere mal ganz kurz eben schnell und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Alles Gute. Dankeschön fürs Zuschauen und fliege, wenn du nicht sterben willst, haust du lieber ab. Tschüss. Tschüss.